Sechs weiterführende Schulen aus dem Landkreis Friesland haben sich Gedanken zum Klimaschutz gemacht und was man vor Ort umsetzen und im Kleinen verbessern kann, um die Umwelt und damit das Klima zu schützen und die Welt zu retten. Ein Jahr nach dem Start des Klimaschutzwettbewerbes wurden am Mittwoch bei der Klimaschutzkonferenz der weiterführenden Schulen im Bürgerhaus in Schortens die Sieger des Wettbewerbs ausgezeichnet. Für alle sechs Schulen gab es Preisgelder zwischen 1.000 und 5.000 Euro. Verantwortlich für die Umsetzung und die Begleitung des Projektes war das Regionale Umweltzentrum in Schortens.